Nachdenkseiten Die kritische Website Klimapolitik-Paradox LNG-Gas aus den USA ist bis zu dreimal so klimaschädlich wie Kohle Von Jens Berger Erdgas ist die große Brückentechnologie der deutschen Energiewende und der geplante Ausstieg aus der Kohle ist nur möglich, wenn man die wegfallenden Kohlekraftwerke zum großen Teil durch Gaskraftwerke ersetzt Als Folge der deutschen Sanktionen gegen Russland kommt das Gas dafür zu einem großen Teil als LNG, also Flüssiggas mit Tankern aus den USA Das ist nicht nur ein ökonomisches Problem, da die US-Importe rund 6-7 Mal so teuer wie russisches Pipeline-Gas sind sondern konterkariert auch die Klimapolitik der Bundesregierung Eine aktuelle Studie von Forschern der angesehenen Cornell-Universität kommt zum Ergebnis, dass das amerikanische Fracking-Gas, das als LNG exportiert wird mindestens genauso klimaschädlich wie Kohle und unter den realen Bedingungen, unter denen es in den USA gefördert wird sogar dreimal so klimaschädlich ist Nur in Deutschland scheint dies niemanden zu interessieren, da diese Schäden in unserer Klimabilanz nicht auftauchen Dass die Förderung von Fracking-Gas äußerst klimaschädlich ist, ist beileibe keine neue Erkenntnis Bereits 2011 machte der amerikanische Biochemiker Robert W. Harvard in einem Aufsatz in der wohl angesehensten Fachzeitschrift für Naturwissenschaften, dem britischen Nature, darauf aufmerksam Die aktuelle Studie, die freundlicherweise von der Neuen Osnabrücker Zeitung, die dazu auch einen Artikel brachte, veröffentlicht wurde ist von eben jenem Robert W. Harvard Die Methode ist dieselbe, die er bereits vor zwölf Jahren in seiner Nature-Studie anwandte Die Daten sind jedoch neuer Warum kommt Harvard zu so vernichtenden Werten für einen Energieträger, den die Bundesregierung als klimafreundlich ansieht? Dazu muss man zunächst einmal wissen, wie die Bundesregierung überhaupt zu ihrer Klimabilanz kommt Wie die Bundesregierung in der letzten Woche auf eine Anfrage des linken Abgeordneten Christian Laie hin einräumen musste Tauchen in ihrer Klimabilanz lediglich die Klimaemissionen auf, die in Deutschland anfallen Vorgelagerte Emissionen, die zum Beispiel auf dem Weg nach Deutschland anfallen, werden hiervon nicht erfasst So der Wortlaut der Antwort Das ist natürlich gerade bei Fracking-Gas, das mit hohem Energieaufwand verflüssigt wird um dann in Tankern rund um die halbe Welt nach Deutschland verschifft zu werden eine geradezu groteske Bilanzierung Harvards Studie zeigt, dass ein Großteil der klimaschädlichen Emissionen bei diesem Energieträger bereits in Form von Methangas beim Fracking selbst anfällt Zwischen 3,6 und 7,9 Prozent des geförderten Gases entweicht bei dieser Fördermethode ungenutzt in die Atmosphäre und da Methan als Treibhausgas um ein Vielfaches gefährlicher ist als CO2, ist dies ein sehr großes Problem Hinzu kommen nennenswerte Emissionen bei der Verarbeitung und natürlich beim Transport wo vor allem bei älteren mit Schweröl angetriebenen Tankern signifikante Emissionen anfallen Bei seiner Lebenszyklusbewertung von Fracking-Gas kommt Harvards so auf das Ergebnis dass Fracking-Gas, das als LNG exportiert wird im allerbesten Falle genauso klimaschädlich ist wie die Verstromung von Kohle und im schlimmsten Fall sogar dreimal so klimaschädlich sei Dummerweise ist die derzeitige Förderung in den USA technisch derart rückständig dass der schlimmste Fall die Rechengröße ist Und an dieser Stelle sei selbstverständlich erwähnt, dass es hier nicht nur um das Klima, sondern auch um den Umweltschutz geht Fracking gehört hier zu den umweltschädlichsten Fördermethoden von Energieträgern Um es zusammenzufassen Wenn Deutschland plant, klimaneutral zu werden, geht es dabei um eine rein statistische Rechengröße die nur die Emissionen in Deutschland, aber nicht die Emissionen erfasst die bei der Förderung, Produktion, Verarbeitung und dem Transport entstehen Das macht klimapolitisch natürlich gar keinen Sinn da es der Atmosphäre herzlich egal ist, ob die CO2- und Methanemissionen nun in Texas oder in Kastrup-Rauxel entstehen Die Bundesregierung rechnet sich ihrer Energiewende schön und reduziert dabei nicht etwa die klimarelevanten Emissionen, sondern steigert sie Wieder einmal kommt der Energiepolitik dabei die Außen- und Sicherheitspolitik in die Quere Das westsibirische Erbgas, das Deutschland bis vor kurzem über Pipelines versorgte hat eine ungleich bessere Klimabilanz über sämtliche Schritte im Lebenszyklus hinweg Aber man führt ja lieber einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, als das Klima zu schützen Hätten wir ein funktionierendes Mediensystem, wäre der Aufschrei groß Doch was geschieht stattdessen? Der Spiegel erklärt die Studie in einem kostenpflichtigen Artikel kurzerhand für falsch Zitat Rechtspopulisten von der AfD sind von jeher gegen LNG-Importe, aber für heimische Kohle Haben sie am Ende damit recht? Die Antwort ist ein klares Nein Zitat Ende Quelle der Spiegel Na klar, wer die Verstromung von Fracking-Gas kritisiert, muss natürlich ein Rechtspopulist von der AfD sein Geht es auch noch dümmer? Um die Studie zu entwerten, zieht man einen Energieexperten eines Instituts, das auf der Payroll der Bundesregierung steht und Fracking-Gas wenig überraschend anders bewertet Man verweist auch darauf, dass Horvarts Studie ja noch in der Peer-Review sei und seine Methodik womöglich übertrieben und ungenau sei Auch das ist zumindest erstaunlich Nutzt Horvart doch dieselbe Methodik, die er in der Vorgängerstudie nutzte, die von Nature veröffentlicht wurde Das größtmögliche Qualitätszeugnis für eine naturwissenschaftliche Studie Man kennt es aus der Corona-Zeit Studien, die dem Regierungsnarrativ widersprechen, werden ignoriert oder als falsch bezeichnet Getreu dem Pippi-Langstrumpf-Motto machen Bundesregierung und einige große Medien sich die Welt einmal mehr, wie sie ihnen gefällt Das ist im konkreten Fall umso grotesker, da der Klimawandel ja sowohl von der Bundesregierung als auch eben jenen Medien sonst immer als das größte Menschheitsproblem überhaupt bezeichnet wird Aber ja, wenn es darum geht, Russland, wie es unsere intelligenzabstinente Außenministerin so schön formuliert hat zu ruinieren, dann steht der Klimaschutz natürlich hinten an Der ersaufende Eisbär und die Freitagskinder, die Angst vor dem Hützetod haben, werden das sicher verstehen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!